. Ich bin Denis Somacher. Ich bin Alain Schordre. Ich bin Nicolas Lauper. Ich bin Sven Broudhon. Ich arbeite als Landschaftsgärtner. Als Landschaftsgärtner macht man vieles. Gartenbau, Gartenunterhalt und alles rundum. Von Stein zu Metall zu grünen Sachen wie Pflanzen. Alles mögliche kommt eigentlich vor. Es ist sehr vielfältig. Mein Lieblingsmaschinengerät ist der Bagger. Es war lange die Heckenschere, aber mittlerweile auch schon der Bagger. Jetzt bin ich gerade im Militär, aber sonst ist es der Bagger. Die Heckenschere. Die kommen wir am schnellsten erreichen. Es sieht schön aus, wenn man es im Griff hat. Im Lehrprogramm muss man sicher genug Ausdauer haben. Körperlich aktiv sein. Man muss den Willen haben, um Pflanzen zu lernen. Das ist sehr wichtig. Es sind ein paar Pflanzen, die man auf Deutsch und Lateinisch können. Zügig arbeiten. Man muss gerne bei Wind und Wetter draußen sein. Rechnen ist sicher wichtig, dass man auf der Baustelle die Höhen und alles ausrechnen kann. Ja, und ein gutes Vorstellungsvermögen. Wenn ihr gerne im Garten mit der Pflanzenschaft und dem Team erwirken könnt, dann werden auch Landschaftsgärtner. Also bewerbt euch jetzt für den Berufs, das ist mega cool. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020